servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen tipp für alle twinker und alle die noch gerne mit neuen chars in 9.2 in sereth mortis durchstarten möchten denn und das ist eine ganz coole sache eigentlich ihr habt die möglichkeit wenn ihr mit eurem ersten schar die kampagne nach sereth mortis gespielt habt die ersten drei kapitel könnt ihr wenn ihr euch mit einem twink einloggt diese skippen also ihr könnt dann sagen ihr würdet ja von oribos erst in diese kammer der richterin geschickt und da könnt ihr wenn ihr die quest angenommen habt auswählen kenne ich schon ich möchte den part skippen habe ich aber auch zu einem video gemacht findet ihr auf meinem kanal das mag oder macht durchaus sinn wenn man was zum 97 mal gespielt hat und da keinen bock mehr drauf hat kann aber auch und das würde ich euch empfehlen manchmal gar nicht so gut sein je nachdem welchen twink ihr habt denn zum einen und das habe ich jetzt hier mit meinem paladin gemacht ihr bekommt in der eröffnung questline durchaus ein paar items die ganz nett sind sagen wir es so dazu gehört eine 226er waffe also wenn ihr da noch crappy items habt durchaus empfehlenswert aber und das macht eigentlich noch besser ihr habt die möglichkeit jede menge rumstufen einzusacken beim questen in sereth mortis jawohl ich bin mit dem pala ich habe jetzt nur das erste kapitel hier gespielt deswegen kann ich jetzt nicht eins zu eins genau sagen wie viel ihr bei den nächsten kapiteln bekommt aber ich bin hier eingestiegen mit ruhm stufe 47 und bin jetzt auf 51 natürlich reicht das jetzt nicht um sich sofort auf 80 zu ballern wenn man nicht allzu hoch ist aber ich hatte gar nicht auf dem schirm dass man hier auch ruhm stufen bekommt und das ist echt eine sehr angenehme geschichte da man einfach mal im vorbeigehen noch rumstufen einsackt plus eben es gibt halt auch teilweise wirklich ganz gutes gear hier 233 items für jemanden dann wie mich der mit zum beispiel dem paladin kaum gear hat ist das echt ziemlich nice also da lohnt sich durchaus zu sagen ja komm fuck it ich queste das ganze jetzt noch mal durch und gleichzeitig sack ich hier ein und ruhm stufen also das finde ich ziemlich cool gemacht muss ich auch mal lobenswert oder lobend hervorheben dass blizzard es da ermöglicht hat dass relativ viele ruhm stufen droppen und das für die leute ja nicht komplizierter macht als vielleicht nötig also zusammenfassend der hinweis wenn ihr nichts dagegen habt die kampagne noch mal zu spielen und ich sage mal weiß ich nicht wenn man sie zum zweiten dritten mal macht finde ich ist es noch okay dann nervt es noch nicht so hart und ihr habt einen char der noch nicht das beste gear hat und noch nicht so viel ruhm dann würde ich euch definitiv empfehlen questet ihr unbedingt noch mal alles durch es lohnt sich und damit danke fürs zuschauen ich hoffe das video hat euch gefallen wenn dem so ist würde ich mich sehr freuen wenn ihr ein abo da lasst würde mir sehr weiterhelfen und wir wachsen fleißig weiter danke auch für das enorme feedback zum jetzigen start von 9.2 das war echt ziemlich krass was bisher abging auch auf twitch da auch gerne folgen ich werde jetzt versuchen regelmäßiger wieder zu stream ich weiß das habe ich schon öfters gesagt aber diesmal weiß ich diesmal habe ich tatsächlich bock drauf der erste stream war echt sehr sehr nice also danke auf jeden fall dafür für all eure unterstützung bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen